So, hallo, da bin ich mal wieder. Wie ihr sehen könnt, spiele ich Hello Infinite auf der Quest 2. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Zuerst einmal brauchen wir SideQuest für die Quest. SideQuest laden wir uns jetzt hier einmal für den PC herunter, installieren das und dann zeige ich euch, wie das geht. Hier holt ihr euch erstmal SideQuest für Windows, für Mac, für Linux, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Okay, so, als nächstes brauchen wir Google Chrome für die Quest 2 als APK-Datei. Und dafür brauchen wir die 86042, weil das ist dann die Version, die auch mit der Quest 2 funktioniert. Ich werde auch hier den Link in die Beschreibung packen, könnt ihr euch dann runterladen. Als nächstes, GeForce Now. Auch als APK-Datei könnt ihr euch runterladen. Ich zeige euch aber hier erstmal, was GeForce ist. Zum Beispiel hier gibt es gratis, ne. Könntet ihr dann eine Stunde mal so einen Server-Rig da betreiben, dann, ne, online. So, ihr habt SideQuest installiert, dann holt ihr euch jetzt eure APK-Dateien mit SideQuest auf die Quest 2. Dennoch, so, habe ich jetzt Google Chrome und GeForce gleich in meinen, und dann wird das jetzt auf die Quest installiert. So, abgeschlossen. In eurer Quest habt ihr dann die unbekannten Quellen und dort startet ihr das ganze Zeug. Angefangen dann mit Google Chrome. So, vorher aber suchen wir uns mal Stadia raus. Wenn ihr ein Stadia-Konto habt, also Google-Konto und ihr habt da vielleicht ein Abonnement, denn, ja, dann passt das schon alles. Dann könnt ihr das schon in eurer Quest 2 über Google Chrome starten. Wie das aussieht, seht ihr hier. Und dann könnt ihr hier beispielsweise Spiele wie Destiny einfach mal ausprobieren, ne, mit der Quest 2. Achso, und noch anzumerken ist, ich habe den Xbox Series Controller, ihr könnt auch euren Xbox One Controller, per Bluetooth mit der Quest gekoppelt, ne. Damit das überhaupt funktioniert. Wird auch erkannt dann vom Browser, also hier von Stadia, genauso wie auch von allen anderen. So, jetzt habe ich hier meinen, meinen, ähm, Spieler da. Ich habe noch eben die Umgebung gewechselt. Ja, und dann können wir auch mal reingucken, wie das ausprobiert, wie das so läuft. Also, es waren minimalen Latenzen schon vorhanden, aber geht schon. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass ich hier gerade im Voice-Over bin und nicht gerade wie sonst üblich alles währenddessen mache. Lag daran, weil der Spiel-Sound nicht mit aufgenommen wurde. Okay, ja, das war soweit erstmal Destiny. Wir können aber auch einfach, ja, weiß ich nicht, Diot 5 spielen. Einfach mal da ein Renn fahren in der Quest 2. Das Coole ist, worauf ich eigentlich auch hinaus will, es gibt ja bestimmt einige Leute von euch da draußen, die haben keine Spielkonsole, weder eine Playstation noch eine Xbox und vielleicht auch nicht mal ein Gaming-PC, ne. Aber ihr habt vielleicht eine Quest zu Hause. Und wenn nicht unbedingt eine Quest, ihr könnt das auch mit eurem Smartphone machen, ne. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten, Xbox Cloud Gaming. So, dann sucht ihr euch erstmal Xbox Cloud Gaming. Ne. Und wichtig, nicht gleich den ersten anklicken, sondern da unten, wo Play steht. Ja, guck, da steht Play. Die müsst ihr dann anklicken. Dann müsst ihr euch auch mit euren Microsoft-Konto anmelden. Und ihr müsst Game Pass Ultimate-Kunde sein. Sonst funktioniert das nicht, ne. Also Game Pass Ultimate, 1299 im Monat. Kann man ja mal machen. Ne, und guck, jetzt kann ich Halo Infinite auf meiner Quest 2 zocken. Aber hier auch, hier muss ich sagen, es läuft über Google Chrome. Daher hat man auch Input Lag, ne. Also läuft er nicht ganz so gut. Da bräuchte man dann vielleicht auch die Xbox App. Muss ich dann nochmal testen, ob das mit der Xbox App auf der Quest auch funktioniert. Ob die sich überhaupt dann installieren lässt, ob ich mich dann melden kann und so. Man kann auch Halo 5 spielen, wie man sieht, ne. Ist ja auch eigentlich nur ein reines Konsolenspiel, Halo 5. Gibt es nicht für den PC. Aber man kann es in der Quest spielen, ne. Über Cloud Gaming. Und dann kann man auch, man kann ja nicht nur Halo spielen. Man hat ja noch so viele andere, wie Black from Blood und so weiter, ne. Ja, das war so viel zum Game Pass Ultimate mit Xbox Cloud Gaming. Jetzt kommen wir doch nochmal zu GeForce Now. Google hier euch. Also ihr habt ja die App installiert, zum Beispiel. Ich zeige auch hier nochmal GeForce Now, wie das gleiche von vorhin. Ihr habt die App installiert auf eurer Quest. Und da startet ihr das auch unbedingt. Ihr fragt euch dann, wollt ihr Oculus Browser oder den Chrome Browser dann auswählen. Denn ihr müsst dann den Chrome Browser auswählen, damit er euch anmeldet, ne. Wenn ihr das alles erledigt habt, dann macht ihr Übernehmen. Und dann seid ihr da drin, ne. Und dann könnt ihr euch ein Spiel aussuchen. Ich hab mir jetzt, ich fass muss vor, wäre rausgesucht, ne. Weil das ist ja ein Spiel, was ich dann doch mal häufiger spiele. Leider nicht in VR, ne. Den Zahl muss ich euch leider ziehen. Und dann müsst ihr euch noch vorher einmal anmelden. Das nervige ist immer, man muss jedes Mal sein Passwort angeben. Ne, obwohl ich gespeichert hab. Aber, naja, hab ich übersprungen. Geht ja keinem was an. So, ihr seid in eurer Bibliothek und ihr habt nur dieses eine Spiel da drin, ne. Solange ihr da GeForce Now benutzt. Fass mal vor, ja. Ja, schon seid ihr in der Lobby, zum Beispiel jetzt bei Fassmo. Und das coole ist, der Spielfortschritt, der wird gleich übernommen, so. Was ihr da auch zuvor auf dem PC oder sonst wo gemacht habt, ne. Na, dann könnt ihr da euer Haus gehen, den Geist suchen, Sachen ermitteln. Ich find das ganz cool. So, mit der Quest 2 komplett ohne PC. Ohne irgendwas sonst. Nur einfach die Quest 2 und Cloud Gaming. Und das hat ganz gut funktioniert, fand ich. Also, das war schon angenehmer, als jetzt mit der Xbox Cloud, ne. Also, Stalia und GeForce fand ich da jetzt doch besser. Weil GeForce funktioniert jetzt auch direkt hier in der App, ne. Ist jetzt nicht über den Google Chrome Browser. Wie man da unten auch sehen kann, GeForce Now. Ja. Ihr könnt aber auch Sachen wie, beispielsweise bei Eurotrack Simulator spielen, ne. Weil es ist auch ein Spiel, was ich ganz gern mal spiele. Aber leider nicht in VR. Weil GeForce Now funktioniert anscheinend noch nicht mit VR. Mein Problem war jetzt hier nur, dass darum werdet ihr jetzt nicht viel sehen von Eurotrack Simulator. Ich habe vergessen, meine Controller-Bindings erstmal in Steam da einzustellen. Ich konnte mich halt nicht bewegen. Und ja, schon nicht da, ist jetzt nur ein bisschen los rum. Deswegen endet das jetzt hier auch gleich direkt. So, damit sind wir jetzt nämlich auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und irgendwie vielleicht sogar weitergeholfen. Also wie gesagt, wenn ihr keinen PC habt oder so. Ihr könnt einfach mal GeForce Now ausprobieren. Das ist kostenlos, ne. Der Rick für eine Stunde. Und ihr könnt ihn immer wieder benutzen, ne. Alles klar. Also dann. Schau, schau. Tschau. Schau. Schau.